Da ist das große wilde Red und das ist entstanden von einem riesengroßen Unwetter. Ein Unwetter? Ja, da ist eine ganze Alp gewesen und der ist abgestürzt. Da hat es so böse Leute gegeben. Ah, von dem habe ich auch gehört. Ja. Ist es nicht so gesehen, dass so gern, wo der alte Bauer, dem jungen Bauer, Bauerschaft übergeben hat, der alte gestorben ist und der junge ihn nicht richtig beerdigt hat? Ja, das ist wahr. Ah, genau, da ist das. Und dann sieht man, da ist ein riesengroßen Unwetter, die ganze Sache gesunken und die Alp ist vorgesehen. Ah, darum ist es so, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man da in das Wasser hineinschaut, würde man da noch öbliche Sachen machen. Fast ja. Das ist natürlich jetzt von der schönen Sonne her, aber das ist wahr. Man denkt, es sei ja so. Ja, gell? Ja, ja. Ist das nicht so gewesen, dass auf dieser Bauerschaft einmal ein Bettler gekommen ist? Also hat man mir erzählt. Und der hat eben so ein Butterschmalz-Töpfchen dabei gehabt. Und der hat Butterschmalz willen. Stimmt. Und der Bauer hat zu ihm gesagt, er hat selber zu wenig. Ja, das stimmt. Und dann hat er ihm Mischt in die Tür. Ja, das stimmt. Und oben drauf putterschmalz auf den Geschmack. Ja. Und ganz oben drauf gnädigerweise noch ein Brot geräumt. Ja. Das ist wirklich wahr, was du da gehört hast. Ja. Also sagenhaft schön. Ja. Weil es ist wahr. Und mit dem ganzen Zimmer hängt da das Unwetter. Und dieses Unglück da mit dem Maisensei gefallen. Ja. Das ist schön gewesen. Wenn du denkst, dass du so eine Zeuge hättest. Ja. Statt etwas zu essen. Das ist ein Frevel. Das tut man einfach nicht. Das ist ein Frevel. Das tut man einfach nicht. Weil den Butterschmalz kann man vor allem als Bettler den ganzen Winter brauchen. Ja klar. Zum Kronverabroten, einen Riebel machen. Kann man alles brauchen. Eier rundum drehen, im Achse gären, im Butterschmalz. Jetzt ist das nicht klar. Es würde alles zusammen spielen. Manche nicht auch. Das spielt viele zusammen. Ja. Da der Fluch. Der Fluch ist der. Und da der Frevel. Ja. Und nachher das Unwetter. Und weißt du, da gibt es riesiges Unwetter. Da meinst du wirklich, es ist ein See. Und so wird es auch gewesen sein. Das kann nicht ein halbes Mal versinken da hinten. Ja. Ist ja eine kleine Alp gewesen, aber ein Alp. Aber Adolf, wenn du jetzt rundum schaust, ist es wirklich schön. Ja, ja, das ist ja unheimlich. Die, die, weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißen. Die Bolle da. Die Wiesen da. Das ist schön. Das Wollgras. Das Wollgras. Wollgras. Jetzt habe ich es wieder. Das Wollgras. Genau. Und nachher, weiter vorne habe ich schon eine Bälle getanzen. Ja, ja. Das ist nicht das höchstgelegenste Hochmoor. Ja. Das ist höchstgelegenste Hochmoor, die eine größte Art in Mitteleuropa. Und das heißt etwas, oder? Ja. 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 Da habe ich überall im Christbrich auch noch gefunden. Ich finde. Ja. Wenn wir an der Mordsfried immer sagt, was da los gewesen ist. Ich glaube. Ich glaube. Ja. 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 Ja.